Was hab ich dir getan? Die Geister machen mich zumindest nervös. Sieht man jetzt nicht, aber ich bin echt nervös, wenn ich die Geister sehe. Ja, Mann. Ja, jetzt kommt der Treibsand dazu. Äh, ja. Steigende Sand, nicht Treibsand. Kann man sich auch durchglitschen mit Hypersonic? Wenn man während des Sprungs, also während der Treibsand, äh, der Sand steigt. Wenn man dann Supersonic macht oder Hypersonic, ist man in dem Sand drinnen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Okay. Wir bräuchten jetzt... Genau. Stimmt jetzt. Ja. Lichtschalter, irgendwie, vielleicht mal. Da haben wir keinen Bock mehr. Ah. Ja. Hier sind Schuhe und Dinger. Ein neues Paar Schuhe. Das war die Gedanke. Wie man sich sicher hat sich. Das ist so gut. Wollen wir jetzt niemals... Oh, kann man sich schneller sein. Diese Geister, ohn Scheiß, die kotzt mich richtig an! Oh, ne. Ich meine, links war der Schalter. Was ist hier los? Das spültig voll ab, gerade. Ich bin schuldig, weiß. Nein, wirklich nicht. Eine Wurm ist, oh komm, ich bin scheiße. Das ist nicht so schwierig, oh. Ja. Sieht nach Bonus aus. Und, haben wir Glück? Natürlich nicht. Ich geh jetzt die blödsten Wege, weil ich rausfinde, ich hab ja noch einige Everworlds gemacht. Blödestin weiß es gleich. In dem Wasser, hä? Eine Blasenkappe? Okay, ich hab eine Blasenkappe, dann hab ich es sogar da. Okay. Ich hab mir noch die Hoffnung nicht aufgegeben auf dem Emerald. Vielleicht würde ich jetzt lieber alle haben, diese Level schon. Ich stehe gleich nächstes Mal, um zu albern. Knuckles-Wick kann man nicht wieder durchglitschen, wenn man möchte. Ich mach's jetzt nicht. Ich möchte jetzt normalerweise spielen. Ich glaube, da oben ist der Sand. Und, oder irgendwie sowas. Äh, ja, wir müssen von oben ruperspielen. Okay, das ist gut. Jetzt haben wir ja nicht in Ruhe. Jetzt. Ich bin schon sieben Minuten an dieser Geräte. Nach zwei Minuten ist ein Matsch. Jetzt kommt der Zeit. Ja, wir möchten uns scheitern. Okay. Was schnell da jetzt noch. So, ich glaub, hier ist Eggman. Robotnik, Sputnik, Helpnik, was auch immer. Ja, ist auch wieder simpel. Die Pappe auf. Klicke ein paar Mal gegen. Dann dann die Fresse wieder zu. Ja, gut, das soll ich mich nicht kommen lassen. Eigentlich nicht. Wieder die Fresse auf. Dann ein paar Mal gegen. Und wieder. Ja, ich mach da noch mal plus von Pan. Immer gegen mal scheiße springen. Ja. Und, komm, geschafft. Geschafft. Wow, sieben Minuten 53 für Act 2. Das war schon was. Lava Reef Zone. Okay, hier kenne ich, ich glaub. Drei Emeralds. Müssten drei sein. Wir haben drei Versuche für die letzte. Müsste reichen. Die haben übrigens eine der gutsten. Das ist immer Action Wars. Egal, welchen Weg man geht, man hat immer Action. Ja, wir möchten dies doch gerne. Also, nein. Ich wollte nur... Ach, egal. Unheil nicht. So. Ja, das musste ja passieren. Ich wollte schon gerne Hyper Sonic zeigen, weil ich auch das am besten Emeralds. Ja, den... Den das jetzt nicht so... Aber wenn man das Leben haben will, schon mal ein Verbot von oben rüber. So. Hier haben wir das Leben. Nichts schlimmes links ist, glaub ich, eine Feuerkappe. Oder nur Ringer, was auch immer. Dann halt nicht. Ähm... Ja, es gibt Sachen, die kann man die anderen Charaktieren. Hier sind's. Hier ist der Emerald. So, hoffentlich schaffen wir es beim ersten Mal jetzt. Das ist die schwierigste von allen. Wenn wir rückwärts laufen müssen. Also, toi, toi, toi. Sieht einfach aus. Jetzt geht's gleich los. Jetzt möchte ich hier rüberspringen. Da gibt's ja Spaß. So. Auf geht's. Ich zeige euch, was ich meine. Was? Für Leute, die jetzt keine... Das kann mies ausgehen. Vor allem, wenn's ganz schnell ist. Da kann man eventuell nicht reagieren und... Ja, ist man weg. Oder man reagiert zu früh und springt. Ich hoffe, das passiert nur aus mich. Sieht ganz gut aus. Wir müssen hier lang. Oh nein, super Schmerzen. Wir haben's geschafft. Ach ja. Man kann jetzt nicht raushören, aber ich bin sehr erleichtert. Sonic got all super Emeralds. Wir können endlich zu... Hyper Sonic mutieren. Oder auch der dritte Super Saiyajin. Das heißt, ich kann nicht sogar die geheime Level zeigen, die man nur kriegt, wenn man alle Emeralds hat.